Oh hi! Silvester Make-up, ja klar, setz dich! Outfit-Check, siehst mega gut aus. Was machen wir mit deinen Haaren? Auch so eine Palme. Okay, ich hätte vielleicht auch noch Spangen für dich. Die habe ich geschenkt bekommen von Sarah. Ich mache dir die mal rein. Ich schaue mal überlaut, ich glaube es ja nicht. Ich glaube es hat Augenbrauen. Ein Lidstrich. Okay, still halten. Glitzer Lidsch hat welche Farbe? Sehr gute Wahl. Augen zu. Perfekt. Ein bisschen was helles. Ja. Ein Lid. Für die Lippen. Guten Rutsch, lovely. Peace. Tschüss. Ich liebe dich.